Lisa Mandler sagt ja. Im Juni 2022 überrascht der TikTok-Star seine Fans mit einer Verlobung. Fast genauso überraschend kommt jetzt die Hochzeit. Auf ihrem Instagram-Profil postet sie die ersten Schnappschüsse ihres großen Tages. Auf den Bildern strahlen Lisa und ihr Mann in die Kamera. Schon bei der Verlobung schreibt sie, Ich freue mich darauf, auf unsere Reise zu gehen, als Paar zu wachsen, noch mehr übereinander zu lernen. Einander nie aufzugeben. Für ihre Feier sucht sich die Blondine auch ein besonderes Brautkleid aus. Sie trägt ein romantisches Kleid aus Tüll mit Blumenspitze. Und auch ihre Zwillingsschwester Lena feiert mit. Sie drückt ihrer Schwester begeistert einen Kuss auf die Wange. Wie es scheint, ist Lisas Hochzeit ein unvergesslicher Moment für ihre ganze Familie.